Guten Tag meine lieben Leute, Willkommen zu Corruption Time, heute gehen wir an Sonic the Hedgehog ran. Los geht's. Furzgeräusche. Okay. Oh, dieser Himmel wird gleich dunkler, das... nice. Let the Remax. Ja. But what if Sonic were not Sonic, but Sonic, it's my new character, Synix. Das ist überraschend normal. Wow. Okay, jetzt langsam. Krackelt's ein bisschen wirklich. Aber, I'm impressed. Special Stake. grünhills und act 2 das ist gut dann gut überraschend normal ehrlich gesagt dass das macht mir angst ein bisschen flackern tut es manchmal aber okay aber sonst sehe ich ja keine großen probleme fucking sanic you why you do this sanic stop fucking sleeping on shit and stuff ok i don't i don't fucked up au let me start the game thanks Jetzt habe ich wieder Furzgeräusche, geil Okay Was ist das für eine Singularität da oben What's this What, Sanic, what the fuck This is Das ist interessanter Shit Das ist, what the fuck ist das What, Sanic, don't get fucked up by this What Ja, das Spiel ist von Sega, ich weiß What the fuck Is this what Hell is like Sonic Team Prestons What the fuck What Background, don't make this shit Yes Ich Herr Herr Ja Ich Herr What the fuck Oh, Gott Das ist ja noch schlimmer Boah, Alter Das Ist schlimmer als die normale Version Das ist doch graulhaft Gib mir bitte das Chaos-Hermel, damit ich ja wegkomme No But Nope Give me No, 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 no I, I want I want the Kiosk in Rööler Okay, I can have it Sonic Team Also irgendwie hat der Titelbildschirm am schlimmsten immer Okay, jetzt, jetzt merke ich was Jetzt bemerke ich Etwas Jetzt haben wir Probleme Yeah That's what the problem is here Okay 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 This is fucked up What the fuck Alter That's fucked up Why is act too normal? Why do you get to be normal? I don't know Das ist wunderschön Diese, dieses Schild Bravissimo Bravissimo Wäre es nicht lustig, wenn wir es echt zu Eggman schaffen würden. Das wäre doch der Shit. Oh, what the fuck is this? Eggman, is that you? Was ist? Okay, alles. Alles flackert. Why? Warum müssen jetzt alle Sprites so flackern? I have no idea. Okay, jetzt hittet der Shit. Alles klar. Okay. Ja, das schaut super aus. Okay. Well, I know what to do. Or not. Let me get up there. Komm schon. Wenn ich doch nur jetzt bin, der Shatter. Nein. So, geht doch. Boah, Alter. Das flackert heftigst. Digga. Was ist das da oben? Was ist das? Yo, wir haben es echt zu Eggman geschafft. Hey, Eggie. You want to die? I'm gonna die, you. Yep. Autsch. Alter, dieses Flackern. Das tut ihm in den Augen weh. Eggman, ist das dein Dreck? Willst du mich blind machen oder what ist los? Eggman, what the fuck? Burn your shit. Das ist wunderschön. Yay. Babelzone. Let's do address. Nee, komm schon. Danke. Ich dachte schon. Okay, let's see. Wie habe ich gerade den Ketterkiller getötet? Huh. Whatever. What? What? Okay. Geht klar. Ja. Lava in der Luft. Power for the core. What? You can fuck me like that game. What the fuck? Dead Placement. Very good. Ten out of ten wood plays again. Oh shit. Wo ist das Schild? That's beautiful. Yes. Yes. Marblezone Egg 2. Alter. Ich komme hier richtig tief rein hier. In den shit. Okay. What have we got? Ja, genau. Why, why did I jump? Oh fuck. Oh fuck. Gotta go fast. Das war kurz grafisch kotze. Nice. Also das ist der beste Schild. Damn, Sanic, you got some nice shields. Pff. Alter, das ist ein nicer Schild. Der ist ein... Dann habe ich ein Lieb. Dann habe ich ein Lieb. Das ist mein Schild. I love that shield. Nara. So, den will ich mir jetzt behalten. Der ist wunderschön. Fick dich, Ketterkiller. Fick dich, Alter. Und ich hasse Ketterkiller. Das ist ein scheiß. Okay, get up and fuck. Get up and fuck. Das ist mein Motto. Ja, genau. Alles klar. Ja, hinten ist doch noch mal. Sag mir, was ist in der Box drin? Tell me. Ringe, okay. Hätte ich mir denken können, ne? Ich meine... Hat man doch gesehen, ne? Also... You look a bit broken. Au! What? Satan! Is that you? Alter, was? Hello, Satan. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Let's reset, please. Das war gruselig. Das war gruselig. Fartig, der Fart-Hawk. Let's fart. Nice. So, das... Wenn das keine Fürze... What? 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 Nah, nah, nah. Kann nicht sein. Nah. I need to go on. This can't be the end. I need to defeat Satan. Satan muss hier besiegt werden. Der ist irgendwo hier und ich weiß es. Nice. I need to defeat Satan. He can stop me now. Wir müssen Satan unbedingt vernichten, bevor... What? What the hell is even... Okay, special stage, los! What the fuck? Wow. Alter. Okay, Satan. Du bist hier, ich weiß es. Wo bist du? Lipp. So. Mit der Kraft des Chaos-Amorals werde ich Satan besiegen, oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber... Aber... Ernsthaft. Du... Als wäre Satan in dem Spiel. Ich hätte Satan gespielt. Du bist hier. Die gucken. Stan. No? Es ist ein Freund Stan. Yeah! Chaos-Amorals! Green Hill Zone, Act 2, okay, how the fuck do you fuck it up now, huh? Komm her, Satan, ich bin bereit. Bitch, bring it, bring it on. Bring it, whoa, pink. That's not what I wanted, I, I, no. Ich, ich kann nicht aufhören, ich muss weiter rein in den Scheiß. Mindestens bis Eggman will ich kommen. Einfach weil Eggman. Nope. So, whoop, okay. Autsch. Dead hurt. Evidt. Okay. Und whoo! Has passed Act 2, Scrapbrain. Wie ich jetzt in Scrapbrain bin, das wär zu schön. Das wär ein Finale. Meine Bitte. Jetzt in Scrapbrain sein, das wär's. Oh, hello, pinkzone. How are you doing? Oh, god, das tut weh, ne. Alter. Digger. Ouch. This really hurts my eyes. Ist zwar... Ist zwar fancy, aber ouch. Also, yeah, no. Please not. Not with me, Stain. What the fuck is... Alter. Hey Eggman, I'm invincible. You, you cannot... De- Feed me with your corruptions... Oh, netter Baldi, den du da hast. Fancy. I, I like that you are being fancy today. Nice. Really nice, Eggman. Okay. Na komm schon, Digger. Eggman. Die. No, no, no. Das akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich jetzt nicht. Goodbye, Eggman. Yeah. Was war das bitte? The fuck? Okay. Marble Zone. Okay, ich spiele jetzt bis zum nächsten Crash und dann war's das. Weil, ouch. Weil, ich kann das nicht... Ich könnte das in die Garten finden, aber ich will nicht. Ehrlich. Man kann nur so viel Sandig an einem Tag aushalten. Selbst von dem Guten. You know. Also. Ja. Der nächste Crash sollte am besten spektakulär sein und so. Please. I would like to... Das ist kein Crash. Das ist ein Crush. Das ist ein Unterschied. Merke dir, Sonic. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Merke dir, Sonic. What war... Was war das für eine... Für eine... Teleportation. Digga. Digga. Äh, what? What? What happened? Okay, mit dem Glitch sage ich auf Wiedersehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Corruption Time. Mal schauen, wie es mir sehr zerstören. Bis dahin. Auf Wiedersehen.